Yo Leute, Olli ab Start. Heute möchte ich euch die dunkle Wahrheit über Saubär LP mitteilen. Wie viele von euch sicherlich wissen, Saubär LP, ein Kanal von Sextendo hier. Doch Leute, viele von euch wissen gar nicht, was für ein dunkles Geheimnis er mit sich trägt. Er ist bekannt durch Videos wie zum Beispiel seine Schneeballschlag mit Robert, seinen Nachbarn, oder auch den pädophilen Hasen in Schneff. Doch Leute, ich muss euch jetzt leider mitteilen, dass Saubär LP ein sehr, sehr dunkles Geheimnis hat. Und ich feier Olli 8 das nun aufdecken werte, Leute. Zuallererst Leute, Saubär LP ist nicht mal so ein richtiger Name, okay? Saubär LP ist nämlich ein Klon. Und Klonen haben keinen Namen. Wie man hier sehen kann, Leute, das sind Aufnahmen von Saubär LP, bevor er geklont wurde. Seine Haare wurden abrasiert, weil er Krebs hatte. Und um seinen Krebs zu bekämpfen, wurde er quasi geklont, Leute. Da gibt es ganz viele Informationen dazu. Ihr müsst einfach nur ein bisschen auf Wikipedia rumgucken. In seinem Artikel, da steht das alles drin. Und ja, Leute, das beweist einfach, dass Saubär LP kein echter Mensch ist, sondern nur ein Klon, weil er Krebs hatte, Leute. Okay, das ist ein sehr, sehr dunkles Geheimnis, finde ich. Des Weiteren, der Nachbar Robert, er hat seinen Nachbar umgebracht, Leute. Okay, er sah so aus, als hätte er sich selber in die Luft gejagt. Doch, Leute, es gibt handfeste Indizien dafür. Das Saubär LP, oder Klon-Saubär LP, würde ich mal lieber sagen, Leute. Das, ja, Leute, Leute, er hat seinen Nachbar Robert umgebracht. Okay, Leute, er hat Sprengmittel, unter anderem Dynamit-Mammunkelt, in seinen After eingeführt, Leute. Und dann hat er auf den Knopf gedrückt, Leute. Und dann ist es explodiert, Leute. So, Leute, ich glaube, das waren genug Indizien dafür, dass Saubär LP in Wahrheit ein sehr, sehr übler Scharlatan ist. Ja, Leute, ich würde sagen, damit bände ich das Video, Leute. In diesem Sinne, haut rein, Leute.